Wenn ihr die nächsten Wochen nicht verpassen wollt, dann lasst doch gerne ein Abo und ein Like, da würde mich freuen. Wir sind bei Woche 5 angelangt und diesmal ist die Schatzkarte von Greasy Grove und die ist diesmal auf dem bösen Palast oder was das auch immer ist, auf der Schnauze. Das sieht ja aus wie ein Gesicht und ist oben auf der Nase drauf und ja, gönnt euch die Gratis-Bett-Passstufe und haut da rein. Ciao. Ciao.